ich habe ein richtig gutes spiel gefunden das erste sahne und weil es cool ist dass ihr mich jetzt eis essen seht aber als gefühlt eine million grad hat draußen und weil ich auch genau weiß ja ich weiß es ganz genau dass du dieses video sehen willst und deswegen haute mir jetzt 500 noch eis nach oben schallert den abonnieren button so dermaßen rein dass euch das noch eis hinten aus dem ab was was ja freunde und damit herzlich willkommen zum simulator und ich habe eigentlich überhaupt keine ahnung was hier gerade passiert ein hals strecken du bist hier was kann ich hier rein also ich habe überhaupt keine ahnung was das hier für ein spiel ist verdammt habe ich mein mikrofon auch noch voll gespuckt was kann ich hier bitte machen und die kamera ist auch ein bisschen komisch irgendwie das fühlt sich alles ein bisschen stranger seht ihr das wenn ich laufe die master kuh oder was ist es hier hier ist ein pferd ich kann das pferd reiten freunde ich kann das pferd reiten heilige mutter maria da ist ein fliegender elefant also ich habe keine ahnung wie ich jetzt hier auf dieses game gekommen bin und was genau hier gerade passiert aber es ist irgendwie awesome hier spielen tiere basketball ich will mitspielen was ist das hier was ist das hier ich bin unsterblich leute ich bin unsterblich wo alter ich bin spider hirsch und ich habe ein resaster level ja heilige mutter maria ich kann hallo sagen verhirschlichen ich habe keine ahnung was hier passiert leute ich habe überhaupt keine ahnung ich kann warte mal kann ich ich kann hier kann ich hier irgendjemanden verprügeln ich habe keine ahnung was mit dem dud los ist aber ich kann die wohl irgendwie dämonisieren die typen machten der jetzt enthierschlichen kann ich den nicht verprügeln so verstehe oh nein alter die schafpolizei warum hängt wo hängt der typ jetzt was ist das für ein game man ich habe keine ahnung was ich sagen soll leute aber dieses spiel ist pures lsd pures lsd mann das kann doch nicht so ein fliegender fisch mann lasst mich zu dem fisch heilige muttergottes die musik ist awesome leute die ist richtig aus alter ich kann wie jesus übers wasser laufen wird bei resaster level a freigeschaltet es gibt hier ein leveling system leute ich liebe dieses spiel da ist ein koala bär so habe ich super kräfte wenn ich aufrecht steht in deine eier alter ich kann den aufheben guckt an und da kann ich den hier umwerfen kann mir hier kann ich mir hier eine hirsch armee machen komm mal her komm mal her okay einmal enthirschen und ich hirsch ich auch ja ich mache mir eine hirsch armee und dann werden wir alle auf mich hören geh da weg mann wenn unbesiegbar geht da weg da ist mein nächster hirsch so wie viele hirschen laufen laufen hinterher auch guckt euch das an meine hirsch armee so was gibt es hier noch zu tun also die machen alles kaputt wir können häuser zerstören das ganze haus alter dieses spiel freunde geht er weg jetzt jesus ich habe gar keine ahnung was ich hier machen soll aber da gibt es einen roller da gibt es ein moped ohne die steuerung ist absolut bad man absolut da kann ich ja gar nicht richtig verfahren also ich kann auf fischen reiten hahaha das ist ja unglaublich mann was ist dahinten ich will dahinter ich will dahinter ich will dahinter lass mich dahinter was ist es hier es macht keinen sinn oder sind button aha ich brauche eine kuh so schaut das aus die kann ich nicht reiten ich brauche also eine kuh oh nein polizei autos okay ich bin resaaster level c alter jetzt kommen hier eisbeer autos kommt her da ist er da ist er die volle zerstörung mann die volle zerstörung alter ich bin völlig verwirrt aber Aber es ist auch egal. Ich zerstöre sie alle. Tja. Kriege ich dafür jetzt eigentlich auch mal irgendwas hier. Da ist ein Typ, der einen Fernseher auf dem Kopf hat. Den will ich in meiner Hirscharmee. Komm in meine Hirscharmee. Der ist jetzt in meiner Hirscharmee. Der Fernseh-Dude. Da hinten sind Kühe. Da hinten sind Kühe. Ich brauche die Kühe. Was macht denn der? Mann, geht er weg. So, jetzt komm mit Kuh. Ich muss dich dahinter bringen. Wir brauchen da hinten nämlich eine Kuh auf dem Button. Nur, dass du es weißt. Irgendwas passiert. What the fuck ist das? Alter, das ist ein... Mich. Metal-Deer. Oh ja, gib mir das. Gib mir das. Gib mir das, Alter. Gib mir das sofort. Ich will Zerstörung anrichten. Ach, du heilige Mutter Maria. Meine Feinde. Das ist ein Hase, oder? Mit einer Nerf-Gun? Kommt her, ihr blöden Hasen. Na los, wo seid ihr? Da kommen sie. Da kommen die ganzen Schafe. Und Eisbären. Aber keiner hat eine Chance gegen mich. Niemand. Alter, da gibt es sogar DLCs, Freunde. Heilige Mutter Maria. Das muss ich mir ja rein. Da ist sogar ein Flugzeug gewesen. Das ist so episch. Dieses Spiel ist einfach nur episch. Alter, was ist das hier? Das ist ein Toaster. Alter, ich habe Waffen auf dem Kopf. Ich habe Waffen auf dem Kopf. Oh Mann, Alter. Das wird ja immer besser. Ich bin das absolute Super-Reh. Ich werde völlig bescheuert hier bei dem Game. Alleine schon das Laufen. Alter, ich kriege ein Level, wenn ich Bäume umniete. Und dann kommt gleich wieder die Polizei. Ja, damit habt ihr nicht gerechnet, hä? Dass ich hier eine Waffe habe auf meinem Kopf, Mann. Alter, ich mache ein Looping. Oh, geil, Mann. Jawoll. Ich will da hoch. Hoch will ich. Ja, noch ein bisschen. Komm. Jawoll. Ich schaffe das. Hoch, habe ich gesagt. Komm, geh an den fetten Koala hoch. Jawoll. Jawoll. Da ist ein Zebra. Oh, ich kann das reiten. Das ist das Super-Zebra. Oh, shit. Alter, das ist das Super-Zebra. Kann ich mit dem auch irgendwas machen, außer rumreiten? Oh, das ist so heiß. Oh. Oh. Ja, Freunde, ich war schnell duschen, weil ich geschwitzt habe wie ein Affen. Oh, scheiße, ich habe eine Granate auf dem Kopf. Oh, 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 oh. Alter, Multikill. Ich habe sogar die Errungenschaft Schäfchenzählen freigespielt. So, wie viel Damage macht das jetzt hier? 30. Alter, ich bin so verwirrt mit diesem Game. Ach, du heilige Mutter Maria, schaut euch das an. Wir sind jetzt ein Katanare. Äh, Hirsch meine, Hirsch. 40 Damage, ich kann jetzt alles zerlegen, oder wie? Okay, nochmal eins. Oh, Mann, Leute, jetzt werde ich es den Hasen aber mal so richtig zeigen. Komm her, du Hase, du. Oh, nee, der Hase kommt auch noch. Okay, ich weiß nicht, ob das so funktioniert, aber ich muss da hinlaufen. Drive by. Drive by. Verdammt, ich habe überhaupt kein Leben. Ich brauche eine Pause, Mann. Nö. Ich kann nicht mehr, Mann. Guckt euch mal das Reh an, das sieht schon gar nichts mehr. Was ist das, Mann? Ein Corgi? Ein Corgi? In der Arena. Polizei Level 4 Hund. Das ist ein Bossfight. Oh, shit, Freunde. Oh, shit. Alter, habe ich die Kuh getötet jetzt? Ich habe das Gefühl, wir werden jetzt unserer Bestimmung folgen. Und so stehen wir hier an diesem Tag, an diesem Tag des Erfolgs, an diesem Tag der Glückseligkeit. Und wir erheben unsere Faust, denn wir wissen, dass großartige Dinge geschehen, wenn wir nur fest genug daran glauben. Dann schnallst mir die 10.000 Abonnenten rein, Mann! Oh, shit, Alter! Oh, shit, ein riesiger Koala-Bär! Oh, oh, no! Oh, oh, oh! Alter, was passiert in diesem Spiel? Dann kann ich aber auch den Fisch abschießen, oder? Oh, oh, der ist nochmal zu... Oh, nee, 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 ist er nicht... Freunde, ich zerlege dieses Game! Ich zerlege dieses Game! So, und was willst du jetzt da? Hä? 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 Was? Ach, du Scheiße, Mann! Was ist das denn bitte für ein Typ? Ich schieße deine Füße weg, du blöder Hund! Ha, 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 ha! Keiner legt sich mit mir an! Dir treibe ich's aus, Mann! Dir treibe ich's so richtig aus! Du hast dich noch nie mit einem Detox angelegt! Und vor allem nicht in Re-Form! Ich räuchere deine ganze Sippe aus! Nein! Habe ich's jetzt? Ja, ja, ja! Ha, ha! Jetzt wirst du mich kennenlernen, mein Freund! Ha, ha! Jetzt explodiere! Du Korgi-Hund! Oh, shit, Alter! Was hat der denn jetzt für ein Problem? Der tut es ultra, ultra schnell! Was macht der? Hast du das bei Herrchen gelernt? Im Kunst-Aufführungskurs, oder wie? Oh, Jesus, nein! Ich hab so viele Fragen und ich glaube, dass sie mir keiner beantworten kann, oder? Mama? Ich versteh's nicht! Ja, Freunde, wir sehen uns beim nächsten Video! Mach die Glocke an und gebt den Daumen hoch! Danke!